Herzlich willkommen, guten Abend hier bei der Beratergruppe Leistungen. Ich bin Andreas Sütterlin, ich darf als Gesellschafter und Geschäftsführer der Gesellschaft Sie heute begrüßen. Ich freue mich, dass Sie da sind zum Thema Datenschutz. Oft heißt es ja, oh je, noch eine Regulation, die wir erfüllen müssen. Ich gucke da ganz anders drauf. Ich finde, Datenschutz ist wie auch eine ISO-Zertifizierung eine Möglichkeit, sich mal wieder mit seinen Prozessen auseinanderzusetzen, reinzuschauen, wie mache ich Sachen, was mache ich da. Und wie immer, wenn man Prozesse anschaut, wenn man in sein Unternehmen reinschaut und schaut, was mache ich da und wie mache ich Dinge. Also jedes Mal, wenn ich reinschaue, lerne ich was darüber und finde was, was ich in Zukunft anders machen will, was ich verbessern will. Und darum geht es ja im Unternehmersein, Dinge verbessern, besser machen, weil im Zeitalter, vor allem heute, wo Dinge sich immer schneller ändern, ist eins klar, wer sich nicht verändert, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit, heißt das Sprichwort. Ich freue mich, dass du heute da bist, Thomas Reimann, unser Spezialist für Recht und auch für Datenschutz, dass du uns mal einen Einblick gibst, was sich nach einem Jahr DSGVO alles getan hat, ob es wirklich so schlimm ist, wie wir alles befürchtet haben und was wir daraus mitnehmen können. Vielen Dank und viel Freude. Ja, vielen Dank, Andreas. So, jetzt hat mich der Herr Sütterling schon etwas vorgestellt, ich sage aber auch noch ein paar Sätze zu mir. Also mein Name ist Thomas Reimann, ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater und Fachanwalt für Informationstechnologierecht. Und einer meiner Tätigkeitsschwerpunkte liegt im Bereich Datenschutz. In der Funktion bin ich bei einigen Händen voll Unternehmen externer Datenschutzbeauftragter und berate aber auch immer wieder in Projekten zu Datenschutzthemen. Zu uns sage ich vielleicht auch noch ein paar Sätze. Die Beratergruppe Leistung, das ist jetzt hier mal einfach an die Wand geworfen, unser Leistungsspektrum. Datenschutzrecht, also Datenschutz steht natürlich heute oben, wichtigstes Produkt. Recht, Steuer, Vermögen, Wirtschaftsprüfung und Coaching. Das beschreibt so in etwa unsere Tätigkeitsfelder, in den Bereichen sind wir unterwegs. Wir selbst leben die Werte Menschlichkeit, Individualität, Qualität, Respekt und Vertrauen. Steht jetzt hier in einer anderen Reihenfolge, aber ändert nichts daran. Das ist so das, wie wir unsere Beratung aufziehen, wie unsere Beratung dargestellt sein worden soll, wie wir aber auch unsere Mitarbeiter führen. Wir bezeichnen uns selbst und das sind wir letztlich auch Unternehmensentwickler, die insbesondere Steuern und Recht sehr gut können. Und in dem Rechtsbereich hängt mit ein bisschen technischem Einschlag das Datenschutzthema dran. Die Beratergruppe Leistung ist mit 100 Kollegen an vier Standorten vertreten, unter anderem hier in Karlsruhe und in Gießen, das sind so die beiden großen Standorte. Genau, wir haben schon eine gewisse Größe mit mehr als 20 Berufsträgern, habe gar nicht mehr die aktuelle genaue Zahl im Kopf. Aber jetzt genug des Vorgeplänkelts, jetzt springen wir gleich in die Datenschutzgrundverordnung rein. Die ist nämlich schon mehr als drei Jahre alt. Das ist hier das Amtsblatt der Europäischen Union, in dem die Datenschutzgrundverordnung am 4.05.2016 veröffentlicht wurde. Drei Monate später trat sie in Kraft, also Entschuldigung, drei Wochen später trat sie in Kraft, nämlich am 25.05.2016. Es ist allerdings so gewesen, dass die Neuregelungen mit einer Übergangszeit von zwei Jahren erst anzuwenden sind, sodass die Unternehmen noch ausreichend Gelegenheit hatten, sich darauf vorzubereiten. Das hat nicht in allen Unternehmen so richtig geklappt. Viele haben sich jetzt noch gar nicht vorbereitet, viele haben kurz davor damit angefangen und auch die Gesetzgeber haben es nicht ganz geschafft. Es waren nämlich auch im nationalen Recht noch Gesetzesänderungen nötig. Das hat auch nicht in allen Bereichen rechtzeitig funktioniert. Also hat man daraus gelernt, zwei Jahre sind ein bisschen knapp. Aber nun gut, seit dem Entkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung ist jetzt ein Jahr rum und ich will Ihnen einfach heute mal ein paar Dinge präsentieren, die so in meiner Beratung die Themenschwerpunkte waren. Genau, also erstes großes Thema, ein Jahr zurückblicken, die Weltdatenschutzregeln versetzen Mittelständler in Panik. Die große Datenschutzpanik vom Tagesspiegel. Man sah auf einmal riesige Bußgelder von 20 Millionen Euro beziehungsweise noch größere Bußgelder auf uns zukommen. Gerade letzte Woche haben die Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder, das werden in den Ländern überwacht, in den Bundesländern, haben publiziert, was sie denn so an Bußgeldern verhängt haben. Und da habe ich Ihnen mal eine kleine Tabelle mitgebracht. Und die hat einige interessante Werte, nämlich Baden-Württemberg steht oben. Nicht, weil es die meisten Fälle gab, sondern weil die höchste Bußgeldgesamtsumme verhängt wurde. Aber wir reden über sieben Fälle in einem Jahr. Was dann auch für mich noch mal recht interessant ist. Nordrhein-Westfalen mit deutlich mehr Fällen, aber mit so einem durchschnittlichen Bußgeld von 500 Euro. Und noch besser, dass Saarland eigentlich die Datenschutzaufsichtsbehörde, die am dringendsten auf die Einnahmen aus Bußgeldern angewiesen ist, weil sie das kleinste Budget hat, hat es dann doch sage und schreibe 590 Euro Bußgeld festgesetzt. Das ist also das, wo wir uns im Moment bewegen. Als kleinen Vergleich habe ich heute Morgen mal beim Statistischen Bundesamt noch recherchiert, die Gesamtzahl der Unternehmen. Das sind 3,27 Millionen Unternehmen in Deutschland. Und da haben wir in der Summe 75 Bußgelder. Das heißt, in dem Jahr mussten 0,0017 Prozent der Unternehmen ein Bußgeld bezahlen. Das also zu dem Thema große Panik im Mittelstand. Jetzt muss man das natürlich ein bisschen differenziert betrachten, weil Baden-Württemberg zum Beispiel mit in Anführungszeichen nur sieben Fälle hat mit dem Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung zwei neue Planstellen nur für den Bereich Bußgeld bekommen. Das heißt, da wird noch was kommen. Aber nichtsdestotrotz, das wird nicht der Fokus sein, wo wir das Thema Datenschutz in Zukunft wahrnehmen. Es werden Bußgelder kommen und die Bußgelder, die in Baden-Württemberg festgesetzt wurden, das waren also auch teilweise schon wirklich, das waren überwiegend IT-Sicherheitsthemen, das waren wirklich stümperhafte Programmierungen. Bei einem dem ersten Bußgeld kann man das nur sagen, das ist einfach völlig unsauber programmiert worden und dadurch sind auf einmal vertrauliche Daten in unbefugte Hände geraten. Vielleicht auch nochmal das andere Ende des Bußgelds. Wir haben ja hier oben eine Grenze von 20 Millionen. Da gibt es aber noch in Klammern den Zusatz oder 4 Prozent des Weltjahresumsatzes. Und davon ausgehend ist ein Bußgeld von 50 Millionen Euro gegen Facebook festgesetzt worden, im Zusammenhang mit verschiedenen Themen. Ob das so hält, ob das das Gericht mitträgt, wird man sehen. Aber auch da bewegen wir uns hin. In Deutschland ist die Neigung, Bußgelder festzusetzen, eher niedrig. Und in Deutschland bewegt man sich, wie Sie hier an der Folie ganz gut sehen, überwiegend eher im niedrigeren Bereich, was die Bußgelder angeht. Das ist im Straßenverkehr auch nicht anders. Also wenn man da mal so einen europäischen Vergleich sieht, da sind wir Deutschen doch eher zurückhaltend. Und wir bewegen uns auch typischerweise in dem Rahmen hier sehr zurückhaltend. Also auch das höchste Bußgeld im Straßenverkehr sind glaube ich 1.500 oder sogar 2.000 Euro. Und jeder, der mal falsch geparkt hat, weiß, dass das eher nicht die Höhe ist, die man zu erwarten hat, wenn man dann den Parkschein nicht ausreichend lange gelöst hat. Genau, dann das nächste große Thema. Angst im Mittelstand. Abmahnwelle. Da habe ich ehrlich gesagt auch nichts gesehen. So richtig Abmahnwelle, wie man das befürchtet hat. Hunderte von Abmahnungen und alles in der letzten Maiwoche 2018. Auch das ist nicht passiert. Da vielleicht noch ein paar Hintergründe, warum es nicht passiert ist. Sage ich ein paar Worte zu. Also zunächst mal könnte eine Abmahnwelle kommen von Wettbewerbern. Das ist so das Typische, wo abgemahnt wird. Der Wettbewerber sagt, deine Werbung ist unwahr. Du schaffst dir einen Vorsprung im Wettbewerb durch einen Rechtsbruch. Und so weiter und so fort. Problem dabei ist, ein Wettbewerber kann nur abmahnen, wenn das Fehlverhalten eine Auswirkung auf den Wettbewerb hat. Das heißt, wenn ich mich fehlverhalte in einem Bereich, wo der Markt überhaupt nicht reguliert wird, wo ich keinen Wettbewerbsvorteil bekomme, dann kann auch nicht abgemahnt werden. Aus dem Grund hat man da ziemlichen Respekt. Es ist auch noch nicht klar, es gibt einige Gerichte, die sagen, man kann abmahnen als Wettbewerber. Andere Gerichte sagen, man kann nicht abmahnen. Das heißt, es ist aktuell ziemliches Stochern im Nebel. Und jeder scheut das Risiko, dass man nach so einer Abmahnung in den Prozess kommt und den Prozess dann möglicherweise durch die Instanzen durchverliert und ein erhebliches Kostenrisiko auslöst. Das heißt, da droht aktuell noch keine Probleme. Ich weiß, aber ehrlich gesagt, meine Zweifel, dass das irgendwann mal kommen wird in dem Bereich Wettbewerber, dass da im größeren Umfang abgemahnt wird. Man weiß es aber nicht. Es gibt Einzelfallentscheidungen. Es gibt wenige Fälle, von denen man ab und an mal im Kollegenkreis hört. Das ist also deshalb da keine Abmahnwelle gekommen. Dann haben wir die Abmahnwelle von den Verbraucherschützern. Die waren auch eher zurückhaltend, habe ich auch von sehr wenig Fällen gehört. Es gibt also Verbraucherschutzorganisationen, die Verbraucherzentrale. Die kann sagen, Datenschutz schützt den Verbraucher. Und wenn ein Unternehmen, was im Geschäft mit Verbrauchern ist, dann nimmt man natürlich Unternehmen, die typischerweise sehr viele Verbraucher als Kunden haben. Das verschafft sich einen Vorteil, weil es gegen Datenschutzbestimmungen verstößt. Da kommen Abmahnungen vor, aber das sind auch eher die großen Ausnahmen. Also auch da ist es nicht so, dass man da auf einmal eine riesige Menge an Abmahnwelle auf sich zurollen sieht. Und dann haben wir noch das Thema, der Betroffene kann abmahnen. Der kann sagen, ich bin unbefugt mit E-Mail überzogen worden und deshalb hätte ich jetzt gern Unterlassung. Das ist für den Betroffenen meistens nicht so interessant, weil es geht viel schneller, wenn man dem Absehler sagt, ich möchte jetzt keine E-Mails mehr haben. Zweitens geht es auch schneller oder einfacher zumindest, wenn man sich an die Datenschutzaufsichtsbehörde wendet, die dem Unternehmen dann schon mitteilen, lass das doch bitte bleiben, das ist rechtswidrig. So dass es also auch da eher die große Ausnahme ist und auch Anwälte, ich gehöre sowieso nicht zu denen, die mit sowas Geschäft machen, aber auch Anwälte, die da viel Geschäftspotenzial sehen, Abmahnungen auszusprechen, für die ist das auch sehr uninteressant. Weil ein Anwalt kriegt so für so eine Abmahnung so um die 150 Euro im Bereich Datenschutz. Das heißt, da ist kein großes Potenzial und da ist auch kein großer Markt, der das erobern wird. Das heißt, Abmahnwelle für mich, Fazit, sehe ich auch, habe ich von Anfang an schon gesagt, dass ich die nicht auf uns zurollend sehe, sehe ich auch im Moment noch nicht. Das kann sich ändern, wenn sich hier die Rechtsprechung in eine andere Richtung positioniert, dann kann das sein, dass es auf einmal zu einem Geschäft wird. Seither ist das auch noch nicht so das große Thema. So, und jetzt habe ich ein paar praktische Themen mitgebracht, die so in den letzten Jahren immer wieder und ständig von den verschiedensten Mandanten gefragt wurde. Ich springe auch gleich nochmal in so ein paar aktuelle Themen rein, da war ja das Thema Fotos im Kindergarten, da habe ich auch was zu mitgebracht und sage gleich auch noch was zu. Aber jetzt würde ich gerne ein bisschen in die Technik gehen und mit Ihnen mal über E-Mail-Verschlüsselung reden. Was ist das Problem bei Ihrer E-Mail-Verschlüsselung? Also prinzipiell, wenn ich eine E-Mail transportiere, dann wird diese E-Mail, wenn jetzt hier das Bob heißt der, wenn der jetzt eine E-Mail zu der Alice hier drüben schicken möchte, dann schreibt er diese E-Mail auf seinem PC. Sein PC verbindet sich mit dem Mail-Server seines E-Mail-Providers und seine Mail wird dahin geschaufelt. Der Mail-Server des Internet-Providers verbaut dann durch das Internet, was man hier oben als Wolke dargestellt hat, eine Verbindung zum Mail-Server von Alice auf. Und anschließend wird die Mail quasi in dem Eingangskorb von Alice gelagert und Alice kann die Mail wieder abrufen. Was nach heutigem Stand, wenn man einen aktuellen größeren E-Mail-Provider benutzt und sein eigenes E-Mail-Programm richtig konfiguriert hat, ist die E-Mail auf dem Weg von hier zu dem E-Mail-Server seines E-Mail-Providers verschlüsselt. Das heißt, da kann niemand auf dem Weg den Inhalt dieser E-Mail lesen. Auch wenn hier zwischen eventuell das Internet steht, wo ja ganz viele Menschen diesen Transport der Daten verfolgen. Das heißt, da kann man ganz sicher sein, dass dieser Weg, oder ziemlich sicher sein, wenn alles richtig konfiguriert ist, dass dieser Weg sicher ist. Aber Bob ist dafür verantwortlich, dass seine Mail verschlüsselt zu Alice kommt und nicht irgendwo hier zwischen auf dem Weg abgegriffen wird. Deshalb muss Bob auch darauf achten, dass der Weg von hier nach hier verschlüsselt ist. Und das ist heute, wenn man E-Mails innerhalb von Deutschland versendet, bei den großen E-Mail-Providern Standard. Das heißt, die E-Mail kommt verschlüsselt hierhin, wird auf dem E-Mail-Server entschlüsselt, wird dann wieder verschlüsselt, beim Empfänger entschlüsselt. Und dann haben wir bis dahin einen sicheren E-Mail-Transport. Jetzt ist es eigentlich so, dass nicht jeder E-Mail-Empfänger, den man hat, zwingend bei einem solchen großen deutschen Anbieter ist. Sondern es kann auch sein, dass der vielleicht einen privaten E-Mail-Server stehen hat, der nicht richtig konfiguriert ist. Oder dass der einen E-Mail-Provider hat, der irgendwie von IT-Sicherheit, der da keinen großen Bezug zu hat. Das heißt, es kann sein, dass hier zwar unser Absender, das E-Mail-Server versucht, die E-Mail verschlüsselt, gesichert hier rüber zu transportieren. Wenn der Server eben über sagt, ich kann das nicht, dann sagt er, okay, wenn das nicht geht, dann muss ich dir diese E-Mail halt unverschlüsselt schicken. Und in dem Moment, wo diese E-Mail unverschlüsselt geschickt wird, kann hier im Internet, ich habe das jetzt nicht näher dargestellt, aber da sind im Zweifel noch mal ganz viele verschiedene Stellen dabei, wo dann die E-Mail quasi von Hand zu Hand gegeben wird. Kann sich das wie so eine Postkarte vorstellen, die auch nicht der Briefträger, der den Briefkasten entleert, zum Empfänger bringt, sondern der bringt es in ein Verteilzentrum. Von da geht es dann an das nächste Verteilzentrum, von da geht es dann an eine Stelle, die das noch mal sortiert und von da dann in ihren Zielbriefkasten. Und so ähnlich funktioniert das Internet auch. Das heißt, auch beim Internet sind verschiedene Stellen am Transport beteiligt. Und wenn dieser Weg nicht verschlüsselt ist, kann jede der Stellen, wie bei einer Postkarte, den Inhalt lesen und weiß demnach die vertrauliche Information, die unser Bob zu Alice übertragen wollte. Gut, hier sind wir jetzt sicher angekommen. So, jetzt ist das Problem bei der E-Mail-Verschlüsselung, hier an der Stelle weiß ich nicht, ob hier die Verbindung verschlüsselt ist. Das heißt, ich muss mir etwas anderes überlegen. Es gibt einen anderen Weg, ich kann die E-Mail hier verschlüsseln und zwar mit dem Schlüssel von Alice, der nur die Alice hat. Alice gibt mir den Schlüssel, ich nehme die E-Mail, verschlüssel die mit dem Schlüssel von Alice. Und in dem Moment geht hier nur noch ein mit Siegel verschlossener Umschlag und kein Mensch kann den Inhalt lesen auf dem ganzen Transportweg. Nur Alice hat den Schlüssel und kann die E-Mail aufschließen und lesen. Das ist im Prinzip so das Problem bei der E-Mail-Verschlüsselung. Und das große Problem daran ist, dass es für E-Mail-Verschlüsselung ganz viele Standards gibt. Es gibt zwei, drei bekannte Standards, aber keiner hat sich so richtig durchgesetzt. Sodass also im Moment Status Quo ist, dass man bei E-Mails nicht weiß, ob die E-Mail zum Empfänger tatsächlich verschlüsselt übertragen wird. Datenschutzrechtlich ist es so, wenn ich Informationen, die sich auf eine Person beziehen, personenbezogene Daten übertrage, dann muss ich aber sicherstellen, dass es kein Unbefugter auf dem Weg liest. Und das kann ich im Internet nicht sicherstellen. Und deshalb ist es erforderlich, entweder auf den E-Mail-Versand zu verzichten oder eine irgendwie geartete E-Mail-Verschlüsselung mit dem Empfänger zu vereinbaren. Da gibt es verschiedene Standards, will ich jetzt heute nicht so sehr ausbrechen, weil ich ja nur das Problem zeigen will. Also Botschaft hier an der Stelle, wenn Sie E-Mails verschicken, seien Sie sich bewusst, da kann jemand mitlesen, den Sie nicht kennen. Und deshalb ganz klare Botschaft, wenn Sie etwas Vertrauliches haben, stimmen Sie sich ab, wie Sie die E-Mail verschlüsseln. Dann habe ich noch etwas anderes zum Thema E-Mail. Ich habe nämlich etwas über die Gefahren von E-Mail. Das ist eine E-Mail, die einer meiner Mandanten bekommen hat. Und fällt Ihnen da etwas auf, wenn Sie jetzt diese E-Mail so sehen? Also, es ist nicht viel, was einem auffallen kann. Hier oben sieht das irgendwie komisch aus. Mandant wurde bei dem auf dem Gerät nicht angezeigt. Der hat ein Apple-Gerät, da wird, so wie er es eingestellt hat, nur der Teil angezeigt. Das konnte er nicht sehen, dass die Telefonnummer falsch ist. Das sehen Sie vielleicht noch, wenn Sie wissen, dass ich aus Karlsruhe bin. Und da kommt Ihnen das ein bisschen komisch vor. Aber ansonsten könnte die E-Mail echt sein. Mandant hat es auch nur dadurch gesehen, dass ihm aufgefallen ist, dass es so geschwollen geschrieben ist. Weil ich bin mit dem auf einer persönlichen Ebene unterwegs. Ich duze mich mit dem und so würde ich zu dem nicht schreiben. Daran ist dem das aufgefallen. Es bleibt noch eine weitere Frage übrig. Woher weiß denn dieser Absender mit dieser gefälschten E-Mail-Adresse, dass ich mit dem Herrn D. in einer Geschäftsbeziehung steht? Weil die E-Mail macht ja keinen Sinn, wenn da jetzt ein anderer Absender steht. Die würde er ja bestimmt nicht öffnen. Wenn Ihnen jetzt der Herr Schulze, den er überhaupt nicht kennt, eine E-Mail schickt, würde das nicht funktionieren. Da habe ich also zusammen mit ihm überlegt und wir haben überlegt, was kann das gewesen sein in den letzten Tagen. War da irgendwas und wir sind dann relativ schnell darauf gekommen, dass der Empfänger dieser gefälschten E-Mail einige Male mehrere Wochen in Moskau unterwegs war. Und da hat er sich wohl mehrmals in nicht verschlüsselten WLANs bewegt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass an der Stelle, dass irgendwo die Information ausgespäht wurde, dass ich mit diesem Herrn D. in einer Geschäftsbeziehung stehe. Was war das Gefährliche an der E-Mail? Da hing eine Anlage dran. Die wurde von unserer, er hat mir die weitergeleitet, wurde die von unserem E-Mail-Sicherheitssystem rausgeschnitten, weil erkannt wurde, dass in der Anlage eine Gefahr liegt. Da hing dran eine Word-Datei mit Makros drin. Und wenn man so eine Word-Datei öffnet und sein Word nicht auf hochsicher konfiguriert hat, dann führt Word diese Makros aus. Und die Makros haben in dem Fall vereinfacht gesagt dazu geführt oder hätten dazu geführt, dass man im Prinzip den PC offen gemacht hätte für einen Angreifer. Der hätte dann mit dem PC machen können, was er möchte und den beeinflussen, Daten abgreifen, ihn vielleicht als SP-Werkzeug benutzen oder als Werkzeug zum Versand von Spam-E-Mails. Oder auch einfach mit diesem Zugang, den man hat, einfach mal die komplette Festplatte verschlüsseln. Das ist ein Verfahren, da habe ich jetzt auch mehrmals Kontakt zu gehabt, also wir glücklicherweise intern nicht, aber in der Beratung habe ich durchaus so Fälle gehabt, wo dann auf einmal einer seine kompletten Daten verschlüsselt hatte. Und da aufgefordert wurde, irgendwie 0, sowieso Bitcoins an irgendeine ominöse Empfängeranschrift zu senden, um dann den Schlüssel zu bekommen. Das heißt, das ist ein riesiges Risiko und da kann man noch so viel sensibilisieren. Die Mails werden immer besser, die diese Angriffe starten. Kann man letztlich an der Stelle nur sagen, für den Angriff, der aktuell da ist, man sollte solche Dinge sich nicht als Word schicken lassen. Und wenn dann in der aktuellen Word-Version, wie heißt das, xdoc glaube ich, ist aktuell das Word-Dokument, weil da typischerweise solche Angriffe nicht so einfach möglich sind. Aktuell ist man sicher bei PDF, wobei es auch solche Angriffe schon mit PDF-Dateien gegeben hat. Also auch da kann man nicht sicher sein, ob man vielleicht mal irgendwann wieder eine Lücke findet. Vielleicht noch abschließend dazu, mit solchen E-Mails ist ja der Deutsche Bundestag, dessen Serversystem, ich glaube es war vorletztes Jahr, ist im Prinzip den kompletten Sommer lahmgelegt gewesen. Und man hat gesagt, wir müssen das alles neu aufbauen. Und da ist also mit so Schadsoftware, ist da so viel Schaden angerichtet worden, dass ganze Server neu aufgesetzt wurden. Dass man gesagt hat, wir bauen das einmal komplett neu auf, weil das Wiederherstellen, was da noch zu retten ist, bekommen wir nicht hin. Das heißt, riesiges Thema, Sie selbst sind vielleicht gar nicht so sehr Zielgruppe, wie vielleicht der Bundestag, aber nichtsdestotrotz, da sehe ich eins der höchsten Gefahren und Risiken für Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit, im Bereich Angriffsszenarien. So, dann habe ich noch ein großes Thema, worauf ich eigentlich in jedem Vortrag angesprochen werde, nämlich das Thema WhatsApp. Ich denke, Sie kennen es auch selbst, fast jeder hat das. In der Familie ist es ein tolles Kommunikationsmittel. Bei uns im Dorf laufen darüber die kompletten Abstimmungen von irgendwelchen Terminen und Hilfseinsätzen, wo man irgendwas aufräumen soll. Das ist also eigentlich eine ganz tolle Sache, sodass das sich rasend schnell verbreitet hat. Und es verbreitet sich natürlich noch schneller, je mehr Menschen das haben, desto schneller kommt man dazu, oh, WhatsApp ist schön, das nutze ich, da kann ich mit dem kommunizieren und mit dem. Das ist eine tolle Sache. Da gibt es einen kleinen Haken. Wenn ich WhatsApp auf meinem Smartphone installiere, dann ist das Erste, was WhatsApp fragt, darf ich aufs Adressbuch zugreifen. Und wenn man da mit Nein antwortet, kann man das inzwischen irgendwie nutzen, aber so richtig schön ist das nicht. Sodass also die typische Neigung dazu ist, klingt ja auch logisch, mit Ja zu antworten. Weil man will ja wissen, oder man möchte ja mit jemandem kommunizieren und was hilft es denn, wenn ich nur die Nummer von jemandem weiß, wenn ich dem eine WhatsApp-Nachricht schicken will? Nein, ich möchte natürlich den Namen dazu haben, sonst macht es keinen Sinn. Sodass also der Nutzer typischerweise sehr schnell sagt, jawohl, Telefonbuch wird freigegeben. Und was passiert dann? Das Telefonbuch wandert wohl verschlüsselt durchs Internet, aber zu WhatsApp. So wird es da einmal komplett kopiert. Das ist technisch nicht nötig, man könnte da auch einfach nur Nummern übertragen oder quasi im Einzelfall anfragen, ist die Nummer WhatsApp-Nutzer. Machen die aber nicht. WhatsApp nimmt das komplette Adressbuch und kopiert es einmal auf den Server von WhatsApp. WhatsApp wiederum gehört seit einiger Zeit zum Unternehmen Facebook. Und damit sind auf einmal die ganzen Kontaktdaten, die man hat bei Facebook. Das ist alles in Ordnung, wenn man denn sicher weiß, dass alle Kontakte, die im Adressbuch stehen, damit einverstanden sind, dass man ihre Daten, Name und Telefonnummer an Facebook übermittelt. Und das werden sie typischerweise im beruflichen Umfeld nicht sein. Das heißt, da liegt das Problem im ersten Schritt. Es ist dann noch ein weiteres Problem da, nämlich wenn man WhatsApp-Nachrichten verschickt, dann kann man nach dem, was man heute weiß, also der Konzern sagt das und IT-Sicherheitsexperten haben das auch schon mal untersucht, und sagen, das ist wohl so, die WhatsApp-Nachricht selbst, wenn man die von A nach B schickt, ist wohl verschlüsselt, Ende zu Ende. Sicher weiß man das auch nicht. Das heißt, da kann kein Facebook oder WhatsApp mitlesen. Was auch nicht verschlüsselt, was aber nicht verschlüsselt ist, sind Bilder, die übertragen werden. Die werden eindeutig unverschlüsselt übertragen. Das heißt, wenn Sie da irgendwelche Bilder verschicken an irgendwen über WhatsApp, dann können Sie mal davon ausgehen, dass WhatsApp bzw. Facebook sich die Bilder mal anschauen. Und Facebook hat ja eine relativ große Bild-Datenbank. Man wird damit auch noch mal Personen identifizieren können, wenn die Datenbank ausreichend groß ist. Das zum Thema WhatsApp. Lösungsansätze, zwei Wege. Einmal Adressbuch, nichts zulassen. Oder es gibt für Apple und Android unter anderem sogenannte Sandbox-Lösungen, wo man quasi in einen Sandkasten die beruflichen Daten reinlegt und alles, was außerhalb des Sandkastens, also ein virtueller Sandkasten, was außerhalb des Sandkastens ist, kann nicht reinschauen. Und damit erreicht man, dass eben die beruflichen Daten von den Daten, wo WhatsApp reinschauen kann, getrennt sind. Dritter Weg ist halt, WhatsApp nicht nutzen. Es gibt prinzipiell andere, habe ich jetzt hier gar nicht auf der Folie, es gibt prinzipiell andere Betreiber, wo man eher größeres Vertrauen hat. Ein Beispiel ist Simsme von der Post. Das haben, glaube ich, ganz wenige. Ich habe es auch nur für Testzwecke. Und ein großes Thema ist Streamer. Das setzt sich so langsam durch. Daimler hat das als Pflichtprogramm auf allen Smartphones, die Mitarbeiter haben. Meine Erfahrung ist aber, ich nutze es fast nur mit einem Freund, der bei Daimler arbeitet. Die dürfen aber zwischendurch auch WhatsApp nutzen. Das heißt, da werden wir auch irgendwann mal auf WhatsApp angekommen sein. Und ansonsten sind da nur IT-Juristen drin, die sich mit IT-Sicherheit oder Menschen, die sich mit IT-Sicherheit auseinandersetzen. Das heißt, einmal im Jahr, wenn so ein großes IT-Juristentreffen ist, immer im September, dann wird Streamer mal stark genutzt. Und ansonsten landet das irgendwo unter einem Staub der Versenkung. Also von daher, so richtig schöne Lösungen gibt es nicht, weil es immer daran krankt. Ein Messenger funktioniert nur dann, wenn der Empfänger den gleichen Messenger hat. Sonst klappt es halt einfach nicht. Dann ein großes Thema, das so ein bisschen stärker hochgekommen ist, ist das Thema Facebook-Fanpages. Da kam so ein kleiner Donnerschlag letztes Jahr, kurz nach dem Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung. Da hat nämlich der Europäische Gerichtshof gesagt, wer eine Facebook-Fanpage betreibt, der ist mit Facebook gemeinsam für die Datenverarbeitung auf dieser Fanpage verantwortlich. Warum hat er das gesagt? Weil man, wenn man so eine Fanpage hat, kann man statistische Auswertungen sehen. Daraus schließt der Europäische Gerichtshof, wenn ich das mache, dann habe ich ein Interesse, die Statistik zu bekommen. Und damit ist das auch in meinem Interesse, weil ich möchte ja sehen, wie viele Personen auf der Seite waren. Das ist jetzt eine ganz kleine Seite, deshalb da sind nur wenig Personen, da ist es uninteressant. Aber weil ich damit ein eigenes Interesse habe, bin ich auf einmal gemeinsam mit Facebook dafür verantwortlich, was hier geschieht. Und das hat dazu geführt, dass im Ergebnis Facebook und die Seitenbetreiber regeln müssen, wer welche Datenschutzpflichten zu befolgen hat. Man redet da von einer gemeinsamen Verantwortung. Und da ist dann tatsächlich was passiert. Innerhalb von zwei Wochen hat Facebook Bedingungen dafür rausgegeben, hat also geregelt, wer gegenüber wem welche Datenschutzrechte wahrzunehmen sind. Das hat dann dazu geführt, dass die deutschen Aufsichtsbehörden gesagt haben, das reicht uns nicht, die Datenschutzaufsichtsbehörden. Wir müssen da noch weitere Anpassungen haben. Es geht jetzt tief ins Juristische, wenn ich Ihnen das erklären wollte. Daraufhin hat Facebook schon einmal nachgebessert. Und jetzt hat man wieder geschrieben, es reicht immer noch nicht. Also da wird noch mal ein bisschen Bewegung drin sein. Was ich den Mandanten in den meisten Fällen empfehle, und den Weg gehen wir auch, zu sagen, an der Stelle abwarten. Es ist unwahrscheinlich, dass die Aufsichtsbehörden gegen die Unternehmen vorgehen. Die Praxis zeigt, dass die Aufsichtsbehörden eher gegen Facebook vorgehen. Und Facebook dazu zwingen wollen, sich korrekt zu verhalten. Und wenn in der Vergangenheit gegen Unternehmen vorgegangen wurde, bei Facebook gab es das also ganz massiv, dann war das, wie ich zwischenzeitlich weiß, wann das Unternehmen, wo das abgesprochen war, dass das erfolgt. Also es gab da einen Fall in Schleswig-Holstein, da hat man die IHK gefragt, wir würden das gerne mal durchziehen und wollen das gerne wissen, was hinten rauskommt. Hat die IHK gesagt, wunderbar, wir haben hier ein Unternehmen, das ist bereit, das mitzumachen. Setz doch mal bitte gegen das Unternehmen ein Bußgeld fest und dann gucken wir mal weiter. Also so sind in der Vergangenheit die Fälle gewesen. Sicherheit haben sie natürlich nicht. Also wenn da eine deutsche Aufsichtsbehörde sagt, wir suchen jetzt ihr Unternehmen raus und wir setzen jetzt mal ein Bußgeld fest, dann werden sie sich damit auseinandersetzen müssen, ob das ausreicht, was Facebook macht oder nicht. Also für mich Fazit an der Stelle, wenn man nicht gerade oder wenn man nicht übervorsichtig sein möchte, abwarten. Was passiert? Wir beobachten das relativ genau. Ich denke, es wird auch von uns mal eine Facebook- oder vielleicht dann keine Facebook-Meldung mehr, wenn es nicht mehr geht, aber wir werden da sicherlich auch an die Öffentlichkeit herantreten, wenn wir da Erkenntnisse haben, weil das für mich ein Thema ist, was da so quasi jeder Mandant, oder ja nicht jeder, aber jeder Mandant, der so mit so sozialen Medien arbeitet, doch mich fragt. Dann habe ich auch noch mal so ein großes Gerücht mitgenommen. Es ging ja mal so, da ruhig, Daten darf ich nur verarbeiten, wenn ich eine Einwilligung habe, was dann also unmögliche Züge annimmt. Ich wurde schon beim Einchecken im Hotel gefragt, irgendwas einzuwilligen, wo ich bis jetzt nicht verstanden habe, in was. Ich brauche nicht einwilligen, dass das Hotel meine Daten an die Meldebehörde weitergibt, da gibt es eine gesetzliche Pflicht. Also das hat ganz komische Züge genommen, bis hin zu einer Autowerkstatt in Stuttgart, den großen Mandanten von mir, denen immer wieder die Autos repariert, also eine freie Autowerkstatt. Und die haben gesagt, nur wenn ihr hier einwilligt, dass eure Daten bei uns gespeichert werden und wir euch eine Rechnung schreiben, reparieren wir eure Autos noch. Das war so ein Auftragsvolumen von 20.000 Euro pro Jahr. Da habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht, wir willigen hier nicht in irgendwas ein, das ist auch nicht nötig. Hat die Autowerkstatt gesagt, okay, dann lasst eure Autos woanders reparieren. Also so komische Züge hat das angenommen, deshalb auch das ist so ein Punkt, wo ich immer ganz gerne ein bisschen aufräume. Die Datenschutzgrundverordnung funktioniert in der Tat so, dass es die Verarbeitung personenbezogener Daten erstmal verbietet. Es sei denn, es gibt irgendeine Regelung, die das erlaubt. Und da finden wir tatsächlich, wenn wir kurz ins Gesetz reinlesen, finden wir als allererstes die Einwilligung. Das heißt, es könnte naheliegend sein, dann einfach aufzuhören. Nehmen Einwilligung, funktioniert. Spannender ist es natürlich, sich nicht die Mühe zu machen, mit seinen Kunden sich rumzustreiten, sondern spannender ist es einfach mal weiterzulesen. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Fälle ein, zeige aber ein paar Fälle, die es noch gibt. Ich darf nämlich mit Daten umgehen, wenn ich die Daten brauche, um einen Vertrag zu erfüllen. Das heißt, ich darf mit den Arbeitnehmerdaten, mit den Daten meines Arbeitnehmers auch ohne Einwilligung umgehen, weil ich brauche die einfach. Ich kann dem sonst kein Gehalt zahlen. Wenn ich seine Bankverbindung nicht habe, kann ich dem das Gehalt nur in Bad zahlen. Aber das möchte ich nicht. Also von daher, das ist der erste Grund, warum man mit Daten umgehen kann. In der Wirtschaft ist das auch der häufigste Grund, weshalb mit Daten umgegangen wird. Es ist nicht der streitigste Grund, aber der häufigste. Zweiter Punkt ist, ich darf mit Daten umgehen, wenn es eine rechtliche Verpflichtung ist. Das heißt, der Arbeitgeber muss die einbehaltene Lohnsteuer unter Angabe des Arbeitnehmers ans Finanzamt melden, einmal zum Jahresende. Oder wenn das Arbeitsverhältnis endet, da kann ich der Arbeitnehmer sagen, nee, sagt mal lieber dem Finanzamt nicht, was ich verdiene, die wollen nur steuern von mir. Funktioniert nicht. Muss übermittelt werden. Gesetzliche Pflicht. Gut, dann haben wir noch, das betrifft Sie eher weniger, Schutz lebenswichtiger Interessen. Aufgaben im Bereich der Ausübung öffentlicher Gewalt, das macht hier wahrscheinlich auch keiner im Raum. Und dann schließlich darf ich auch mit Daten umgehen, wenn ich sagen, ein berechtigtes Interesse habe. Problem dabei beim berechtigten Interesse, wenn ich sage, ich gehe mit Daten um, weil ich ein berechtigtes Interesse habe, dann muss ich eine sogenannte Interessenabwägung durchführen. Und das ist rechtlich hochkomplex, weil man nicht so genau weiß, wie man sie denn so richtig durchführt. Und weil man die Interessenabwägung als Unternehmer jetzt durchführen muss, und ob man richtig lag, erfährt man im schlimmsten Fall erst in 25 Jahren, wenn einen jemand verklagt hat. Und dann erfährt man, man hat jetzt 25 Jahre alles rechtswidrig gemacht. Deshalb ist das ein Riesenproblem. Und da hängt auch das größte Thema, wo wir in der Beratung unterwegs sind, in diesen Fällen zu prüfen, ist dieses berechtigte Interesse ausreichend, um mit den Daten umzugehen oder nicht. Aber Botschaft hier und für heute, da steht nicht nur Einwilligung. Einwilligung ist ein Weg, wann man mit entsprechenden Daten umgehen kann, aber nicht der einzige. Und in der Beratung auch der Weg, den wir versuchen zu vermeiden, weil ich eine Einwilligung, die kann jederzeit widerrufen werden. So, dann habe ich natürlich ein ganz großes Thema, habe ich ein Foto aus meiner Jugend mitgebracht. Da ich die Personen nicht fragen konnte, die mit auf dem Foto sind, habe ich da mal alle mit schwarzen Gesichtern versehen, beziehungsweise der Aufwand wäre zu groß gewesen, alle zu erreichen, wobei ich von einigen habe ich auch tatsächlich noch Kontakt zu. Aber das war ja so ein Thema, was so in der Zeitung steht, Kinder mit schwarzen Balken im Gesicht. Was ist denn jetzt mit den Fotos im Kindergarten? Großes Thema, auch wenn ich mit Eltern spreche, jeder Kindergarten hat die unterschiedlichsten Varianten. Irgendwer hat mir eben gesagt, dass man 20 Seiten Papier unterschreiben musste. Andere Kindergärten, strenges Fotoverbot, bloß keine Kamera in den Kindergarten bringen. Also Riesenthemen, die da auf einmal so hochgekocht sind. Das war, glaube ich, ein katholischer Kindergarten irgendwo aus dem Ruhrgebiet, der damit angefangen hat. Und das hat dann die Bild-Zeitung aufgegriffen und gleich waren wieder die Gerüchte in der Welt. So, wie ist es denn jetzt wirklich? Also, zunächst mal müssen wir ganz streng unterscheiden zwischen dem Aufnehmen eines Fotos und dem Verbreiten eines Fotos. Für das Verbreiten eines Fotos springen wir vielleicht erstmal dahin. Das ist aber nicht Foto von Kindern machen, sondern Verbreiten des Fotos ist Foto von Kindern hier an die Wand werfen, Foto von Kindern ins Internet stellen, Fotos von Kindern per E-Mail verteilen. Das sind die Themen, über die wir jetzt im ersten Schritt mal nicht, wo wir jetzt im ersten Schritt mal drüber reden, über das Verbreiten. Für das Verbreiten, da gibt es ein Gesetz vom 9.1.1907, das Kunsturhebergesetz. Das ist im größten Teil 1965 aufgehoben, aber die Regelungen zur Verbreitung von Bildnissen, die stehen heute noch in dem Gesetz. Und das Gesetz kann man immer ganz gut an dem Hutbürger, ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann, erklären. Dieser Hutbürger, der ist zu einer Demonstration der rechten Szene in Dresden gegangen und wurde dabei von einem ZDF-Team gefilmt und wollte das offensichtlich nicht und ist deshalb vor die Kamera getreten und hat dem Kameramann gesagt, ich möchte das nicht, das ist illegal und ist dann irgendwann zur Polizei gegangen, die dann das Kamerateam, glaube ich, 45 Minuten kontrolliert war. Ist so ein bisschen politisch hochgekocht, aber da kann man das Kunsturhebergesetz so schön daran erklären. Weil, ich darf nämlich Bilder verarbeiten, verbreiten, die sich in bereits der Zeitgeschichte bewegen. Das heißt, Ereignisse der Zeitgeschichte, Personen der Zeitgeschichte, Bilder, die bei so einem Anlass aufgezeichnet werden, dürfen verbreitet werden. Deshalb dürfen auch Fotos von der Frau Merkel, wenn sie sich nicht irgendwo im geschützten Bereich ist, verbreitet werden. Es dürfen Fotos vom Oberbürgermeister verbreitet werden, es dürfen Fotos von Politikern verbreitet werden, weil man sagt, das sind Personen der Zeitgeschichte. Und was wir hier in Dresden hatten, war ein Ereignis der Zeitgeschichte, nämlich eine große Demonstration von rechtsorientierten Bürgern. Ich will das jetzt mal versuchen, ein bisschen neutral zu bezeichnen. Das heißt, wir waren auf einem Ereignis der Zeitgeschichte. Das heißt, dieser Hutbürger musste es hinnehmen, dass er, wenn er da bei dem Kamerateam vorbeiläuft, gefilmt wird. Und er musste es auch hinnehmen, dass diese Aufnahme verbreitet wird. Genau. Und anschließend ist er dann noch in den Fokus geraten, ist vor die Kamera, hat er sich gestellt und damit war er so ein bisschen aus dem Ereignis der Zeitgeschichte rausgekommen, hat sich aber selbst auf einmal zur Person der Zeitgeschichte gemacht, weil er jemand war, der sich einem Kameramann entgegensetzt und sagt, ich möchte nicht gefilmt werden. Und auf einmal durfte er wieder gefilmt werden, weil er jetzt auf einmal nicht nur ein Ereignis der Zeitgeschichte ist, sondern auch eine Person der Zeitgeschichte. Und damit darf ich auch dieses Bild von dem Hutbürger hier verbreiten, weil er ist eine Person der Zeitgeschichte, die ich Ihnen jetzt zeige. Genau. Dann gibt es noch die Berechtigung, Bilder, die als Beiwerk neben einer Landschaft erscheinen. Das ist im Kindergarten auch eher die große Ausnahme. Könnte aber auch mal vorkommen. Wobei dann kommen auch typischerweise nicht die Diskussionen, wenn da zufälligerweise ein Kind durchs Foto läuft. Wenn der Kindergärtner gerade ein Bild vom Kölner Dom macht, dass man da kein Problem hat, denke ich auch, ist auch eindeutig. Genau. Dann haben wir noch Bilder von Versammlungen und Aufzügen. Da würde jetzt unser Hutbürger auch drunter fallen, wobei man das wohl auch als Ereignis der Zeitgeschichte ansieht. Aber auch das ist wichtig, wenn sich jemand in einer Demonstration begibt oder zu einer öffentlichen Veranstaltung auf den Festplatz geht, dann fällt er in den Anwendungsbereich dieses Kunsturhebergesetzes rein. So, und wenn ich die Voraussetzungen nicht habe, dann muss ich mit einer Einwilligung arbeiten. Dass die schwierig ist, habe ich eben schon kurz gesagt. Was bei der Einwilligung noch schwieriger ist, in der Datenschutzgrundverordnung steht drin, dass eine Einwilligung von Kindern nur unter sehr erschwerten Voraussetzungen möglich ist. Also eine Einwilligung der Eltern für die Kinder. Das ist also der Kontext, den man sich bewegt. Aber wir bewegen uns da im Kontext verbreiten. Und verbreiten, das passiert typischerweise bei den Kindergärten nicht. Also man hat in der Vergangenheit die Fälle gehabt, das ist aber weitgehend beseitigt, wo dann Kinder auf den Internetseiten des Kindergartens abgebildet waren. Das hat man weitgehend weggenommen. Das geht wohl auch heute nur mit Einwilligung. Aber Bilder zu machen, wie das von mir gezeigte eben, wo die ganze Gruppe drauf ist und das allen Teilnehmern aus der Gruppe zur Verfügung zu stellen, mit dem Zusatz, dass es vielleicht nicht für die Verbreitung bestimmt ist, das ist unproblematisch möglich. Und das ist auch ein ganz klarer Status quo von den Datenschutzaufsichtsbehörden. Also ich habe es ganz O-Ton hier von der baden-württembergischen Aufsichtsbehörde auch genau das gesehen. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz hat bei einer Veranstaltung gesagt, die armen Kinder haben doch Angst, wenn sie ihre Nachbarn da mit schwarzen Balken übers Gesicht sehen. Also das ist nicht das Thema. Wir haben typischerweise in den Kindergartenfällen keine Verbreitung der Bilder und obendrein ist es ja auch noch so, dass das ja auch transparent gemacht wurde. Das heißt, man hat den Eltern gesagt, da kommt jetzt ein Fotograf, der macht Bilder und die Bilder könnt ihr haben, aber die geben wir sonst an keinen weiter. Das wird ja typischerweise schon in der Vergangenheit ist es so gewesen und damit können die Eltern sagen, ich möchte aber nicht, dass mein Kind an der Stelle mit aufgenommen wird. Und von daher ist es aus meiner Sicht ein Thema, was viel zu deutlich und viel zu hoch gekocht wird. Kommen wir zum nächsten Thema. Auch das Wien, 200.000 Klingeltchilder müssen abgehängt werden, stand mal in irgendeiner Zeitung. Und schon mal wieder die Datenschützer, die Bösen, die sich mit der Datenschutzgrundverordnung auseinandersetzen. Also habe ich dann hier auch mal gleich ein Klingeltchild abgedeckt. Sie können jetzt googeln, wer noch im Büro von Wikipedia Hannover ist. Aber ich hätte es auch gar nicht abdecken müssen, weil die Datenschutzgrundverordnung gilt nur für die automatisierte Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Das heißt, es muss entweder ein Computer dabei sein oder zumindest ein irgendwie geartetes Ablagesystem, wo ich Dinge sortiere und das ist nicht erfüllt bei einem Klingelbrett. Sodass also auch hier die pragmatische Lösung für das Klingelbrett ist, das darf natürlich bestehen bleiben. Von Ausnahmen mal abgesehen. Also wenn da jetzt eine Person sagt, ich werde ständig bedroht, deshalb darf keiner wissen, dass ich hier wohne, kann das was anderes sein, aber im Regelfall brauchen die Klingelfilter nicht abgedeckt werden. Dann haben wir noch ein großes Thema, was ziemlich stark hochgekrochen ist, das Thema Transparenzpflichten. Da haben wir die größten Missverständnisse. Also das ist nicht gemeint mit Transparenzpflichten. Und wir haben auch nicht den Herrn Trump als den besonders transparenten Bürger gesehen, aber es gab doch andere, viele schöne Irrtümer, die also bis dahin führten, auch das wieder eine Zeitungsüberschrift, Arztpraxis verweigert, Patienten zu behandeln, weil dieser die Erfüllung der Transparenzpflichten nicht bestätigt. Das heißt, so ist das alles nicht gemeint gewesen. Ich sage Ihnen jetzt kurz, in der Kürze der Zeit mal kurz, was mit Transparenzpflicht gemeint ist und was wirklich dahinter steht. Es gibt prinzipiell Transparenzpflichten. Man möchte den Betroffenen möglichst leicht erklären oder man soll dem vollständig erklären, was mit seinen Daten geschieht. Das ist das Ziel von Transparenzpflichten. Also Klarheit bei der Datenverarbeitung. Und deshalb gibt es zwei Fälle der Transparenzpflicht, bei denen man unterscheidet. Nämlich einmal, Daten werden beim Betroffenen erhoben. Das heißt, wenn Sie Arbeitgeber sind, Ihre Arbeitnehmer, die fragen Sie nach Ihrem Namen, Anschrift, im Bewerbungsverfahren bekommen von dem Daten, dann müssen Sie den informieren, was mit den Daten geschieht, wie lange Sie die speichern, für welchen Zweck Sie die Daten nutzen und so weiter und so fort. Diese ganze Information, bei den Banken waren das immer so kleine Broschüren, mehrere Seiten, die schön zusammengetackert waren und irgendwann so Anfang letzten Jahres gingen die so groß durch die Welt. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch dunkel daran erinnern können. Ich glaube, fast alle Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, ist entweder abgeheftet oder weggeschmissen. Der Einzige, der sich es angeschaut hat, war dann ich, weil ich mal gucken wollte, wie machen es denn die Großen. Aber für richtig Transparenz hat das nicht gesorgt. Und es führt nur zu furchtbar viel Bürokratie, weil ich muss diese Information zum frühestmöglichen Zeitpunkt geben. Das heißt, man stelle sich eine Arztpraxis vor, die sich datenschutzkonform verhalten möchte, klappt in den wenigsten Arztpraxen, weil es einfach nicht so richtig, weil typischerweise die räumlichen Verhältnisse nicht so sind, dass zum Beispiel ein vertrauliches Gespräch am Tresen möglich ist. Typischerweise sitzt dann derjenige, wo man den Termin vereinbart, am Telefon und sitzt dann auch noch in dem Bereich, wo er es alle mitkriegen können. Das heißt, wenn man beim Arzt anruft und sagt, ich bin ein neuer Patient bei Ihnen, ich hätte jetzt mal gerne einen Termin, dann müsste der Arzt, wenn er es richtig macht, Sie sprechen hier mit der Gemeinschaftspraktik Dr. Schulze. Wir sind verantwortliche Personen im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung. Wir haben einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Das ist der Rechtsanwalt Reimann. Den erreichen Sie unter der Antragsoperatorgruppe Leistung und so weiter und so fort. Das heißt, Sie rufen beim Arzt an, sagen, Sie hätten gerne einen Termin und hören dann erst mal zwei bis drei Minuten Datenschutzerklärung. So müsste man, wenn man es streng macht und rechtlich umsetzen will, müsste man das machen. Ich sage, zum frühestmöglichen Zeitpunkt lege ich ein bisschen lockerer aus. Die Datenschutzaufsichtsbehörden haben sich da auch noch nicht so richtig positioniert, wobei man wohl bei den Arztpraxen dazu neigt, das so zu sehen, wie ich es gerade geschildert habe. Aber zum frühestmöglichen Zeitpunkt würde ich so interpretieren und das machen auch viele andere Juristen zum frühestmöglichen Zeitpunkt, zu dem es sinnvoll möglich ist. Das heißt, der Arzt informiert erst, wenn Sie in die Praxis kommen und nicht vorher schon. Oder kann der von mir aus noch anbieten, wollen Sie unsere Datenschutzhinweise haben, dann kann ich Ihnen die im Vorfeld auch noch per Post schicken, dass Sie sich das mal in Ruhe durchlesen können. Dann haben wir den nächsten Fall. Daten werden nicht beim Betroffenen erhoben. Das ist der Fall Schufa. Sie haben Schulden, zahlen die nicht zurück und erklären gegenüber dem Gerichtsvollzieher, ich habe nichts an Geld. Dann fragt die Schufa diese Daten ab und schreibt die in seine Datenbank. Können die abfragen bei den Gerichten, fragt man an, wer hat denn gesagt, dass er kein Geld mehr hat gegenüber dem Gerichtsvollzieher und der wird dann in eine Datenbank der Schufa eingetragen. Was muss die Schufa dann machen? Muss den Betroffenen, der jetzt da eingetragen wird, darüber informieren. Und das muss in angemessener Frist, die maximal einen Monat beträgt, erfolgen oder muss in dieser kurzen Frist erfolgen. Das ist in den meisten Unternehmen, die wir beraten, ist das kein großes Thema, weil in den allermeisten Fällen bekommen sie die Daten von Betroffenen, stehen mit dem in Dialog und können dem Informationen zur Verfügung stellen. Aber es ist nur eine Pflicht, die Informationen zur Verfügung zu stellen. Es ist keine Pflicht des Betroffenen, die Informationen zur Kenntnis zu nehmen, sie gar noch durchzulesen und vielleicht noch einen Test zu schreiben, ob er es auch verstanden hat. Es geht viel zu weit, man braucht an der Stelle nichts unterschreiben. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, als Unternehmen und sagt, wir wollen sicher sein, dass es wirklich der Schulze informiert wurde, kann man sich eine Unterschrift drunter holen. Wenn er die aber nicht macht, reicht es völlig aus zu dokumentieren. Ich habe es ihm zur Verfügung gestellt und es reicht im Zweifel auch aus. Ich habe es im Fall der Arztpraxis, ich habe es in der Arztpraxis an der Wand hängen, im Wartezimmer und es liegt auch noch auf dem Tresen aus, dass wirklich jeder sieht, es ist da und es kann es mitnehmen. Es reicht aus. Ich muss nicht beweisen, dass es jeder Patient bekommen hat. Dann haben wir noch ein großes Thema, wo man ganz viel diskutieren kann, das ist das Thema Auftragsverarbeitung. Jeder, der im unternehmerischen Bereich steht, hat bestimmt von irgendeinem Geschäftspartner so einen Vertrag bekommen. Was ist überhaupt Auftragsverarbeitung? Auftragsverarbeitung ist, wenn jemand einer einen anderen eigene Daten gibt, um mit den Daten irgendwas zu tun. Zum Beispiel, wenn man Papier hat mit vertraulichen Daten drauf, man gibt es an ein Recyclingunternehmen und sagt, bitte schreddern. Das ist Auftragsverarbeitung. Oder man hat eine Kundendatenbank, da steht, was auch immer, stehen alle Adressen von allen Kunden drin. Die Post überlegt sich, es gibt neue Postleitzahlen, fünfstellig ist doch nicht so gut, wir nehmen jetzt sechsstellig. Dann gibt man einmal die Kundendatenbank an einen Dienstleister und sagt, lieber Dienstleister, bitte alle fünfstelligen Postleitzahlen durch sechsstellige ersetzen, bekommt seine Kundendatenbank wieder zurück. Das ist eigentlich Auftragsverarbeitung. Kommt also rein praktisch in den wenigsten Fällen vor. Klar, Aktenvernichtung ist ein Thema, wo es häufig vorkommt. Aber ansonsten, dieses, was eigentlich gemeint ist, kommt äußerst selten vor. Klar, Internetseite ist noch so ein Beispiel, wenn man da irgendwie die Internetseite von einem fremden Unternehmen husten lässt. Aber ansonsten ist das eher die große Ausnahme. So, jetzt gibt es da noch so ein paar Fälle, wo sich die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden vielleicht ein bisschen anders positionieren, als das die anderen europäischen Behörden tun. Man greift nämlich so ein paar Themen raus und sagt, da sagen wir, das ist auch Auftragsverarbeitung. Erstes Thema, IT-Wartung und Fernwartung. Großes Thema, weil man sagt, wenn jemand bei Ihnen Fernwartung macht, dann kann der ja personenbezogene Daten sehen. Ob das nur in der Logdatei Login von einem Mitarbeiter ist, der sich wann am PC angemeldet und abgemeldet hat, oder ob der tatsächlich Kundenlieferantendatenbank sieht, da sagen die deutschen Aufsichtsbehörden, das ist auch Auftragsverarbeitung. Jetzt hat man zwei Wege. Einmal kann man sich mit denen streiten, vor Gericht, im Bußgeldverfahren, oder man sagt, und das ist meistens mein Rat, man schließt dann halt so einen Vertrag. Furchtbar viel Bürokratie, furchtbar lange Verträge. Kann man zwischenzeitlich elektronisch schließen, müsste man früher mit Originalunterschrift. Kann man machen. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Nächstes großes Thema ist der Steuerberater. Das ist ja auch ein Thema, der Steuerberater bekommt Daten, dann schickt man seine Rechnungen, dann schickt man Daten über Arbeitnehmer. Da hatten sich die Aufsichtsbehörden eigentlich im letzten Jahr so kurz vor Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung so positioniert, dass es keine Auftragsverarbeitung ist. Argument relativ einfach. Der Steuerberater ist nach dem Gesetz unabhängig, darf sich also keinen Weisungen, das ist nämlich das Wesen von der Auftragsverarbeitung, dass man nach Weisung Daten verarbeitet. Steuerberater darf gar keine Weisungen entgegennehmen, weil dann wird er gegen das Berufsrecht verstoßen. Deshalb keine Auftragsverarbeitung. Und so auch die Position der Bundesregierung im Gesetzgebungsverfahren. Jetzt bewegt sich da ein bisschen was, nämlich der Erste, der damit nach draußen gegangen ist, war der Landesbeauftragte für den Datenschutz in Baden-Württemberg, der Dr. Brink. Und der Dr. Brink hat gesagt, ja, ja, das ist ja alles richtig, der Steuerberater ist unabhängig, aber bei der Lohnabrechnung nicht. Da hat er keinen Entscheidungsspielraum. Da darf er nur das machen, was man ihm sagt. Er hat keinen Entscheidungsspielraum, da gibt es kein Ermessen, ob es so oder so richtig zu machen ist, sodass der Steuerberater damit, so die Argumentation, nur das machen muss, wozu man ihn anweist. Und damit fällt der Steuerberater auf einmal in den Kreis der Auftragsverarbeiter. Also wer bei uns die Lohnabrechnung macht, der sollte, wenn denn alles richtig geklappt hat, wovon ich mal ausgehe, von uns einen solchen Vertrag per Post bekommen haben. Und wird dann auch genervt, dass er ihn mal irgendwann zurückschickt. Also falls Sie den Vertrag bekommen und noch nicht zurückgeschickt haben, sprechen Sie mich an. Und wenn Sie bei uns die Lohnabrechnung machen und noch keinen Vertrag, dann sprechen Sie mich oder Ihren Lohnsachbearbeiter an. Und dass wir das da auch auf rechtssichere Füße stellen. Auch hier habe ich Zweifel, dass das richtig ist, was die Behörde sagt. Mein Rat aber, schließen Sie den Vertrag ab, schützt Sie vor dem Ärger mit der Behörde. Nachgezogen sind zwischenzeitlich auch Hessen. Und es sind nachgezogen, Hessen ist nachgezogen, ich weiß gar nicht, wer jetzt noch nachgezogen ist, Bayern noch nicht, Rheinland-Pfalz meines Wissens auch noch nicht. Also auch da hat man dann so einen schönen Flickenteppich in Deutschland. Ist aber nun mal leider dem Föderalismus und dem Grundgesetz geschuldet, dass jedes Land das eigenständig macht. Dann haben wir noch das Thema Post und Bank. Kann ich Ihnen schon mal sagen, ist nicht der Fall. Weil der Post ist die Ausnahme, wenn Sie einen Dienstleister haben, der selbst keine Post transportiert, sondern der Ihnen nur Porto-Optimierung macht. Das heißt, der die Post nimmt und sagt, den Stapel geben wir an Arriva, den Stapel geben wir an die Deutsche Post und den Stapel, den geben wir an den Postdienstleister. Solche Unternehmen, so jedenfalls die Datenschutzaufsicht zu hören, betreiben Auftragsverarbeitung. Würde ich auch mal dran zweifeln, weil da geht es um Porto-Optimierung und nicht um Verarbeitung von Daten. Aber auch da lautet mein Rat in der Beratung, schließen Sie den Vertrag ab, die Unternehmen machen das und Sie sind auf der sicheren Seite. Zu diesem Thema mit diesen Post-Porto-Optimierung gibt es in Hamburg ein Bußgeldbescheid von 5000 Euro. Also kann man sich überlegen, ob man 5000 Euro Risiko tragen möchte, mit der Chance, am Ende des Tages vor Gericht zu gewinnen oder ob man lieber den Vertrag abschließt. Dann, großes Thema, habe ich auch tatsächlich in der Beratung gesehen, Kunden. Und auf einmal habe ich Unternehmen gesehen, die allen Kunden so einen Vertrag schicken. Nach dem Motto, wir speichern ja zumindest mal die Daten von einem Ansprechpartner und damit machen wir irgendwas. Nein, Kunden sind keine Auftragsverarbeitung. Reine Kundendatenbank, wo es darum geht, Rechnungen zu schreiben und Kundenverwaltung oder seine eigenen Prozesse zu organisieren, fällt nicht darunter. Wenn einem Kunden natürlich einem Daten anvertraut und sagt, ihr speichert jetzt mal bei einem Backup bei euch, sieht die Sache ein bisschen anders aus. Dann sind wir auch da bei einer Auftragsverarbeitung. Genau, das zum Thema Auftragsverarbeitung. Gibt es jetzt noch viele Fälle, könnte ich jetzt noch eine Dreiviertelstunde weiter darüber reden, über das Thema Auftragsverarbeitung. Zig Fälle, insbesondere unsere Frau Inchi, kann ich Ihnen da wahrscheinlich nach meinem Vortrag sicherlich noch ein paar spannende Beispiele nennen. Genau, und jetzt springen wir noch ein bisschen in die IT-Sicherheit rein. Ich glaube, Sie waren letztes Jahr schon bei mir, Herr Balter, beim IT-Sicherheitsvortrag. Das ist jetzt für Sie Wiederholung und alle anderen können jetzt hier noch ein bisschen was zur IT-Sicherheit mitnehmen. Ich mache diesmal nicht so ausführlich, weil ich ja heute über Datenschutz rede und weniger über IT-Sicherheit. Beim letzten Mal habe ich ja mehr über IT-Sicherheit und weniger über Datenschutz geredet. Kurz, IT-Sicherheit, dürfte man eigentlich denken, ist für die Menschen wichtig. Der Mensch möchte Sicherheit. Das ist eigentlich so ein natürliches Bedürfnis. Das ist hier die Bedürfnispyramide von Maslow. Sie im Prinzip im Wesentlichen sagt Maslow, die wichtigsten Bedürfnisse, die der Mensch hat, ist das Bedürfnis zu leben, Gesundheit zu haben. Wenn das erfüllt ist, dann kommt im nächsten Rang das Bedürfnis nach Sicherheit und so kann man jetzt diese Bedürfnispyramide bis nach oben durchgehen. Das heißt, eigentlich wäre die Sicherheit sehr weit unten. Jeder, der Kinder hat, in einem gewissen Alter, wo die sich auch so im Internet bewegen, weiß, dass sich das so ein bisschen verschiebt, da kommen nämlich auf einmal etwas andere Themen so in den Fokus und damit ist auf einmal die IT-Sicherheit doch eher im oberen Bereich angekommen. Das ist so ein bisschen etwas witzig dargestellt, das Risiko, aber auch da hängt es auch tatsächlich dran, weil das Problem bei dem Sicherheitsbedürfnis, von dem Maslow schreibt, ist, ich muss erst mal die Gefahr sehen. Und wenn ich, sagen wir mal, in einer Zeit gelebt habe, wo es noch den Säbelzahntiger gab, wenn ich den gesehen habe, dann wusste ich, oh, mit den großen Zähnen sollte ich vielleicht mal lieber schauen, dass ich entweder jetzt schnell meinen Speer raushole und das Abendessen erlegt habe oder aber, dass ich jetzt mal ganz schnell wegkomme. Das heißt, man hat Gefahr erkannt, konnte agieren. Bei der IT-Sicherheit geht es einem eher wie den drei Affen. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. So ist es auch tatsächlich. Entweder sieht man gar nicht, dass da ein Problem ist oder wenn man es sehen will, schaut man doch lieber weg und wenn, dann auch auf gar keinen Fall sagen, weil wenn ich das meinem Chef sage, der ist nachher sauer, dass hier ein Problem ist und zieht dann auch noch Meldepflichten nach sich, also halte ich doch mal lieber in den Mund und hoffe, dass es alles gut geht. Das ist das große Problem bei IT-Sicherheitsgefahren und da habe ich Ihnen jetzt ein paar, die liegen auch hier, wenn Sie jemand sehen möchten, die Geräte, die ich jetzt hier an die Wand werfe, haben wir alles da. Haben wir hier einen sogenannten Keylogger. Genau dieses Modell wurde in Berlin bei der Polizei gefunden, an einem PC von einer Person, die Zugang zum Polizeieinformationssystem hatte. Also da sind unter anderem so Fingerabdruckdatenbank drin, so Melderegister, ist alles damit abrufbar, mit diesem Polizeieinformationssystem, damit eben die Polizei, Halter abfragen von Autos, läuft alles über das System. Und an so einem Rechner hat man so einen Keylogger gefunden. Das ist also erstmal der Staatsschutz eingeschaltet worden, Landeskriminalamt, Bundeskriminalamt, Ermittlungen eingeleitet. So, und man hat dann diesen Keylogger, oder man hat dann ermittelt, wer diesen Keylogger angebracht hat. Sollte ich Ihnen vielleicht noch erklären, das habe ich nämlich ganz vergessen, was ein Keylogger ist. Ein Keylogger ist ein Gerät, das steckt man zwischen PC und Tastatur und dann schreibt dieser Keylogger alle Tasteneingaben mit und speichert sie in seinem Bauch. Und ein Angreifer kann sich bei diesem Gerät mit einem Rechner hier vor die Tür stellen, eine WLAN-Verbindung zu dem Keylogger aufbauen und diese Tastenabdrücke auslesen. Das heißt, derjenige, der dieses Gerät dort angebracht hat, der hat auf einmal Zugangsdaten zu vertraulichen Daten der Polizei. Und das ist natürlich die Sache, wo man wirklich Panik kriegt. Die Bild-Zeitung hat dann gleich wieder irgendwelche verschiedenen Terrorgruppen im Verdacht gehabt. Die Ermittlungen haben dann ergeben, dass es ein anderer Polizist war. Der hatte irgendwie zu viele Schulden in der Kaffeekasse und wollte deshalb in den PC seines Vorgesetzten eindringen, um dort seinen Schuldenstand in der Kaffeekasse und Schulden-Excel-Datei zu korrigieren. Er ist jetzt wohl, gehe ich mal von aus, er ist sehr schnell danach suspendiert worden. Ich gehe davon aus, dass er zwischenzeitlich kein Polizist mehr ist. Dann noch ein anderes Thema, was ich auch ganz gern anspreche, das schrift das Thema man findet einen USB-Stick vor der Tür. Auch da hat das CT, so ein Computermagazin, die haben das mal als Test gemacht, haben vor Unternehmen einfach mal USB-Sticks abgelegt und haben dann ein paar Tage später mal nachgefragt, was mit dem USB-Stick passiert ist oder haben da irgendwas drauf gemacht. Ergebnis war, der größte Teil der USB-Sticks wurde, weil die Leute neugierig sind, irgendwo dran geschlossen. Und was macht dieser USB-Stick? Dieser USB-Stick gibt sich dem PC gegenüber als Tastatur auf. Er sagt also, hallo PC, ich bin eine Tastatur. Was macht ein PC, wenn eine Tastatur kommt? Macht er natürlich sofort das Tor auf, weil Tastatur kommen Befehle und wenn der Benutzer den PC bedienen will, muss der zwingend eine Tastatur haben, also wird eine Tastatur immer zugelassen. Da sind auch die PCs stupide, man kann schon fünf Tastaturen dran haben, wenn die sechste kommt, die wird immer dran gelassen. Und damit macht der USB-Stick nichts anderes als Tastatureingaben simulieren. Und der simuliert dann die Tastatureingaben zum Kopieren des E-Mail-Adressbuchs und Versand per E-Mail an den Angreifer, zum Löschen der Festplatte. Volles Programm kann man damit machen. Deshalb hier die Botschaft, wenn Sie einen USB-Stick finden, Finger davon. Auf gar keinen Fall einen normalen PC anschließen. Wenn man weiß, was man tut, kann man das an einen PC anschließen, der außerhalb vom Internet ist, wo keine vertraulichen Daten drauf sind. Aber ansonsten bitte Finger von USB-Sticks, wo Sie dem Absender nicht hundertprozentig vertrauen können. Lieber einen anderen Weg nehmen zum Transport, lieber was per E-Mail, weil das läuft eher durch einen Virenscanner durch, als ein USB-Stick, der sich als Tastatur ausgibt. Dann haben wir noch einen weiteren USB-Stick. Das ist für die Freunde, für die Freunde Windows-Benutzer immer noch das weitverbreiteste Betriebssystem. Da ist es so, dass man ja typischerweise sich mit Benutzernamen und Passwort anwendet. Also nimmt man ein schön langes Passwort, was sich kein anderer merken kann. Und dann gibt es dieses Gerät, das steckt man an den PC und dann kann man sich ohne Passwort anmelden. Das gilt wohlbemerkt nur an dem PC selbst, der vor einem steht. Es geht nicht für eine Anmeldung auf einem Server, allerdings mit der Ausnahme, wenn der Angreifer zum Server kommt, also wenn der Serverraum nicht abgeschlossen ist und der Angreifer physisch an den Server kommt, kann er diesen Angriff starten und kommt an die Daten vom Server dran. Was man dagegen tun kann, man kann USB-Sticks, USB-Anschlüsse sperren. Das geht auch auf einer relativ einfachen Ebene schon mit wenig Arbeitsaufwand. Dann ist es schon deutlich schwieriger geworden. Was man noch machen kann, man kann seinen PC gut wegschließen und ansonsten kann man sich da nicht so wirklich vor schützen. Klar, Festplattenverschlüsselung ist noch ein Thema. Gerade bei Notebooks ist es ein großes Thema. Da sollte man darauf achten, dass man eine Festplattenverschlüsselung verwendet. Wenn Sie da einen BitLocker zum Beispiel von Windows oder andere Verschlüsselungssysteme korrekt installiert anwenden, ist man vor so einem Angriff geschützt. Weil der kommt dann zwar ins Betriebssystem, aber nicht auf die Festplatte, so dass dann also die Daten sicher sind. So. Jetzt springe ich noch so ein bisschen zu unserem Produkt. Weil unser Produkt ist ja unter anderem, habe ich ja am Eingang schon gesagt, Tätigkeit als externer Datenschutzbeauftragter. Und da haben wir so einen kleinen Aufschnitt mitgebracht, wie wir arbeiten. Weil Sie denken, jetzt steht hier ein Jurist vor mir und Datenschutz ist was Technisches. Kann der das überhaupt? Also ich selbst habe als Jugendlicher, ich habe es mir sicher in der Kanzlei, habe ich auch anfangs mal so eine kleine Software programmiert. Ich habe als Jugendlicher schon kommerzielle Software entwickelt. Das heißt, ich habe ein gewisses technisches Verständnis. Studium ist dann halt doch Jura geworden. Das heißt also, unsere Vorgänzweise, wenn wir Datenschutzbeauftragter sind, ist zum Beispiel hier am Beispiel Datenschutzerklärung an der Internetseite. Da schauen wir nicht, fragen wir nicht den Mandanten, was hast du denn auf deiner Internetseite? Bitte füll mal den Fragebogen aus. Sondern weil unsere Erfahrung ist, die Fragebögen werden falsch ausgefüllt, gar nicht in böser Absicht. Der Mandant weiß es nicht besser. Wir schauen uns die Internetseite an und schauen, beispielhaft gesagt, wir schauen uns die Motorhaube der Internetseite. Das heißt, wir schauen, was da genau drinsteckt und erkennen daran, was für Daten, was für Tools sind tatsächlich eingesetzt und können daraus wesentlich recht sicher eine Datenschutzerklärung generieren, als sie das vielleicht mit irgendwelchen Tools machen. Weil das Tool ist halt nur so gut, wie das, was sie dem Tool verraten. Das heißt, man braucht ein gewisses technisches Verständnis, um sowas korrekt zu machen. Das ist ein Thema, was wir betreiben. Dann ein Thema, bin ich eben gerade schon, ich sage jetzt natürlich keine Namen, im Flur darauf angesprochen worden, über das Thema Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. Das ist auch etwas, was wir den Unternehmen abnehmen. Sprich, wir kommen ins Unternehmen und nehmen dieses Verzeichnis auf. Das kann man auch, muss man nur mal im Internet gucken. Das ist jetzt ein Muster, was die Datenschutzaufsichtsbehörden empfehlen. Da kann man unter Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, kann man sich das selbst runterladen. Das ist für mich so ein Produkt, wo wir tatsächlich über Mehrwert sprechen. Ich sollte Ihnen ja auch den Nutzen der Datenschutzgrundverordnung vermitteln. Was ist nämlich passiert? Die Unternehmen haben sich entschieden, uns zum externen Datenschutzbeauftragten zu machen. Was machen wir in den Unternehmen? Wir beschreiben jedes Verfahren, wo mit personenbezogenen Daten umgegangen wird. Und mit jedem Verfahren oder mit jedem Mandanten bringen wir natürlich Erfahrungen mit, wie andere Unternehmen das machen. Und dadurch haben wir sehr, sehr schnell gelernt, wie man da effizient arbeitet. Ich habe da ein Beispiel. Ich habe einen Mandanten, der hat mehrere Kieswerke und in den Kieswerken liefert der Kies aus und dann wurde also beschrieben, wie kommt es zu einer Rechnung. Da hat er mir also geschildert, dass im Kieswerk der Kunde angelegt wird in der Datenbank der Waage, dass dann die Waage, die also den LKW beim Rein- und Rausfahren wiegt, dass die Waage quasi das Gewicht zuordnet, einen Lieferschein druckt, den Lieferschein unterschreiben lässt und dann geht der unterschriebene Lieferschein in die Zentrale und dort sitzt ein Mitarbeiter, der den halben Tag nichts anderes macht als Lieferscheine abtippen, nimmt diesen Lieferschein, tippt es ab und schreibt daraus eine Rechnung. Da habe ich ihn gefragt, warum machen Sie denn so ein Blödsinn? Das muss man doch irgendwie die Daten übergeben können. Sagt er, nee, die Kieswerke, die Wagen sind zwar von der Hardware alle gleich, aber jede Waage hat eine eigene Software und wir können da Schnittstellen programmieren lassen, das kostet aber ein Vermögen und klappt nicht zuverlässig, deshalb das machen wir nicht. Dann habe ich ihn gefragt, naja, warum tauschen Sie denn da nicht die Rechner, die die Wagen auswerten, einfach aus, also ich weiß technisch, dass typischerweise die Waage selbst nicht das Problem ist, sondern das Auswerten von einem Rechner der Werte, die von der Waage kommen, warum tauschen Sie das nicht einfach aus? Der hat mir gesagt, ja, weil das 10.000 Euro pro Standort kostet. Und dann haben wir ein bisschen zusammen gerechnet und dann hat er festgestellt, dass es sich irgendwie lohnt, diese 10.000 Euro auszugeben, weil die Mitarbeiterin, die bis jetzt die Lieferscheine abtippt, die kann sich künftig anderen Aufgaben widmen, war da auch so, also sie wurde nicht entlassen, ich habe sie nicht wegrationalisiert, aber im Ergebnis hat er einmal Geld in die Hand genommen, nämlich 40.000 Euro, bei einer Waage hat er die Schnittstelle, die anderen vier hat er die Hardware angeschafft, dass die die gleiche Schnittstelle hatten, hat er einmal Geld in die Hand genommen und hat es tendenziell nach anderthalb Jahren schon wieder raus. Das ist für mich so ein Beispiel, wo wir tatsächlich im Datenschutz Nutzen verschaffen, weil wir nämlich auch mit der Brille Unternehmensberater ins Unternehmen gehen, solche Dinge sehen, ansprechen und damit auch dem Mandanten wirklich einen persönlichen Vorteil bringen. Genau, dann ist noch ein Thema, was nach der Datenschutzgrundverordnung dokumentiert werden muss, sind die technischen und organisatorischen Maßnahmen, also was tue ich konkret, um die Daten zu schützen. Das ist hier bei einem Mandanten, der hat, das war in der Bahnhofsnähe, nicht in Karlsruhe, in der Bahnhofsnähe von einer großen deutschen Stadt und der hat hier zum Beispiel, oh, das habe ich das Stück abgeschnitten, genau, der hat zum Nachbargrundstück, hat er, weil es Bahnhofsnähe ist, schwierige Gegend, hat er vergitterte Fenster und dann gibt es hinter den Fenstern noch einen Wachhund, das ist dem seine Maßnahme, wie der verhindert, dass jemand die Rechner klaut. Kann man natürlich je nach Konstellation völlig andere Wege nehmen, damit verhindert er natürlich auch, geklaut wird, ist klar. Das muss auch da sein, das muss beschrieben sein und auch da sehen wir natürlich schon Verbesserungspotenzial und sagen, hier wird es ineffizient, hier sind vielleicht auch Gefahren für die eigenen Daten, weil das ist doch nicht wirklich so sicher, diese Verbindung, wie da Daten übertragen werden, an den Heimarbeitsplatz zum Beispiel, da müssen wir uns das nochmal anschauen, wie man das verbessern kann. Genau, dann Transparenzpflicht, habe ich eben schon kurz was zu gesagt, auch da ist es unser Job, den Mandanten die Dokumente zu erstellen, dass Sie eben Ihrer Transparenzpflicht nachgehen können. Gibt es in den verschiedensten Bereichen, brauche ich jetzt hier angesichts der fortgeschrittenen Zeit auch nicht unbedingt tiefer ausbreiten. Können Sie mich aber gerne im Anschluss darauf ansprechen, was da dann noch zu beachten ist. Genau, was machen wir als Datenschutzbeauftragte? Wir sind regelmäßig im Betrieb des Mandanten, normalerweise viermal im Jahr, je nach Konstellation kann das auch seltener sein und gehen dort im Betrieb mit den Mandanten zusammen, mit den Mitarbeitern zusammen das Thema Datenschutz an. Wir führen, das ist mir persönlich ganz wichtig, persönliche Schulungen durch, das heißt, die Mitarbeiter werden in Datenschutzthemen geschult, stehen da auch immer als Ansprechpartner für alle Mitarbeiter zur Verfügung, weil Datenschutz kann nur funktionieren, wenn alle Mitarbeiter mitspielen. Es hilft nichts, wenn das nur die Chefs machen, hilft auch nichts, wenn man sagt, oh der Chef, den lassen wir mal lieber in Ruhe, der soll seine Arbeit machen. Genau, wir schaffen Rechtssicherheit, weil wir als Juristen unterwegs sind, keine Informatiker, es gibt auch gute Informatiker, die in dem Bereich unterwegs sind, bitte nicht falsch verstehen, aber wir kommen von der rechtlichen Seite und haben mehr die Brille Umsetzung des Gesetzes auf, während der Informatiker meistens mehr die Themen IT-Sicherheit auf dem Fokus hat. Genau, wir bringen aber, wir einen Informatiker auch, der kann das andere dann natürlich besser, bringt technisches Wissen mit, haben im Haus auch Wirtschaftsingenieure, die uns da auch unterstützen bei entsprechenden Fragestellungen. Wir sind aktuell am Puls der Zeit, das heißt, da gibt es durchaus, kurz nach diesem Facebook-Urteil, haben unsere Mandanten innerhalb von anderthalb Wochen schon Handlungsempfehlungen gehabt, weil mir jetzt persönlich wichtig ist, da wirklich am Puls der Zeit zu sein und zu sagen, wir verschaffen unserem Mandanten die größtmögliche Rechtssicherheit. Wir schauen, das habe ich gerade an dem Beispiel mit den Wagen schon erklärt, immer über den Tellerrand raus, wir sagen also nicht, oh, hier ist nur Datenschutz, sondern wir schauen auch, ja, gibt es da vielleicht noch andere rechtliche Probleme, um dem Mandanten auch da nochmal rechtliche oder auch im anderen Bereich Sicherheit und Vorteile zu verschaffen. Genau, dann als Juristen dürfen wir auch rechtlich vertreten und Verträge verhandeln. Wir haben langjährige Erfahrung, ich bin, seit, ich glaube, meine erste Publikation im Datenschutzbereich war 2000, also ich bin 97, habe ich damit angefangen, also ich bin ja weit über 20 Jahre dabei, also von daher, ich weiß, wovon ich spreche, habe auch viele Entwicklungen verfolgt und weiß deshalb auch, dass eigentlich durch die Datenschutzgrundverordnung so viel Neues nicht gekommen ist, das ist eigentlich nur alter Wein in neuen Schläuchen. Wird und zeitlich, wenn ich, ja, das müsste man, glaube ich, die Zahl nochmal erhöhen, bei über 50 Unternehmen sind wir als externe Datenschutzbeauftragte bestellt. Die hohe Zahl kommt dadurch zustande, dass teilweise Unternehmen, in einem Fall so ein Konzern verbunden mit zehn Unternehmen uns beauftragt, dann machen wir das natürlich auch für den kompletten kleinen Konzern, das ist jetzt kein riesiger Konzern. Wir arbeiten mit festen Preisen, das heißt, der Mandant hat ein Kalkulationsschema, zahlt am Anfang des Monats den Datenschutzbeauftragten für den Wert und er kann ihn so oft anrufen, wie er möchte und hat diese vier Termine vor Ort, alle Vertragsprüfungen hat er im Prinzip mitgekauft. Dann arbeiten wir natürlich, weil wir das bei so vielen Mandanten haben, hocheffizient, wir haben unsere Prozesse, wir wissen, wo die Themen sind, das heißt, wir verbraten keine unnötige Zeit, die Sie letztendlich bezahlen müssen, um uns in Grundsatzthemen reinzuarbeiten, das bringen wir schon mit, wir brauchen uns nur noch in den Unternehmen reinarbeiten, haben das Ganze in Leistungspaketen geschnürt, die bis hin gehen, dass Sie das Thema komplett loslassen können, bis hin zu, Sie wollen doch ein bisschen mehr selbst machen, das wäre dann ein günstigeres Leistungspaket. Und wir haben zwischenzeitlich in sehr vielen Branchen schon Branchenkenntnisse erworben, insbesondere, sagen wir mal, ja, Ingenieure ist jetzt so ein Beispiel, wo ich bei relativ vielen Unternehmen, also nicht beim Ingenieurbüro selbst, aber in so einem technischen Beruf, bin ich doch sehr verstärkt unterwegs, habe einige IT-Unternehmen, die also auch so Auftragsverarbeitung anbieten, das haben wir noch, Wasserversorger, ja, also gibt es noch so ein paar Branchen, wo halt ein gewisser Fokus liegt und Gesundheit ist auch noch so ein Fokusbereich von mir, wo wir uns bewegen und haben da natürlich auch andere Mitarbeiter, die sich in andere Themen durchaus mal reinarbeiten. Genau, wie sieht es bei uns aus? Um hier mal zu zeigen, dass es gar nicht so viel Arbeit ist, wenn man uns beauftragt, geht los, ich gehe jetzt hier nicht die komplette Folie durch, aber es geht los, wenn uns der Auftrag erteilt wird, schauen wir uns die Internetseite an, geben sofort Rückmeldung, der Mandant muss nichts mehr tun, ab und zu vielleicht ein paar Fragen beantworten, aber ansonsten muss er nur das, was wir ihm sagen, umsetzen. Gibt es den Programmierer und so geht es dann mit verschiedenen, das sind jetzt mal so die ersten Schritte, die wir durchgehen würden. Man sieht hier auf der Ebene Mitarbeiter, da steht in aller Regel nur Fragen beantworten, Mitarbeiter freistellen, Unterschriften einholen und Dinge umsetzen. Das heißt, für das Unternehmen wird möglichst viel des Datenschutzbereichs abgegeben und dementsprechend auch möglichst das Thema kommt wirklich eine Entlastung in das Unternehmen, die Themen werden gelöst, in den Terminen bearbeitet und man kommt sehr schnell auf ein hohes Datenschutzniveau. Jetzt fragen Sie mich noch, was es kostet. Kann ich Ihnen hier und heute keinen Preis sagen, Sie dürfen mich aber gerne ansprechen, weil wir brauchen ein paar Parameter. Ich muss nämlich wissen, wie groß ist Ihr Unternehmen, was macht Ihr Unternehmen genau, mit welchen Daten geht Ihr Unternehmen um, weil davon natürlich der Arbeitsaufwand abhängt. Wenn Sie, sagen wir mal ganz einfach, so eine Arztpraxis sind, die noch manuelle Karteikarten hat, geht gar nicht mehr, aber wenn Sie das jetzt wären, oder Physiotherapeuten, die noch alles manuell machen, gibt es durchaus, solche Unternehmen, funktioniert, dann ist es für uns sehr wenig Aufwand, weil da passiert nicht viel, muss natürlich auch Datenschutz gemacht werden, auch da müssen Sie Transparenzpflichten erfüllen, aber da sieht es natürlich so eine Leistung wesentlich preiswerter aus, als wenn das ein Unternehmen ist, was da mal in 50 Abteilungen mit verschiedensten Daten von verschiedenen Personen umgeht. Genau, und wenn Sie jetzt keine Fragen mehr haben, dann wäre ich mit meinem Vortrag durch, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wie gesagt, ich stehe hier für Fragen gerne noch zur Verfügung. Ich denke, wir machen jetzt auch das Bild aus, dann dürfen Sie mich also auch den Ton, dann dürfen Sie mich also auch ruhig fragen, ohne dass Sie Angst haben müssen, in den nächsten Tagen bei YouTube gesehen zu werden. Wir haben nämlich hier das Ganze mitgeschnitten. Von daher vielen Dank und dann dürfen Sie sich jetzt gerne, Hängematte haben wir zwar nicht angebracht, auf ein Glas Wein nach draußen begeben oder auch Wasser oder was auch immer Sie trinken möchten. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.